Ja, Isabel, schön, dass ich mit dir hier sein darf im Mercure Hotel Bochum City. Was ist denn das Besondere an eurem Hotel? Das Besondere einfach, wir sind das höchste Hotel in ganz Bochum, also du hast den besten Ausblick bei uns aus dem Hotel. Wir sind das einzige Vier-Sterne-Hotel in der Bochumer Innenstadt und liegen in der schönsten Stadt Deutschlands. Was denn so das Besondere an Bochum oder warum, beziehungsweise warum sollte man denn als Urlauber oder Städtereisender hierher kommen? Man soll sich überraschen lassen, also es ist dann doch grüner, als man vielleicht glauben mag. Die Menschen sind sehr, sehr offen und wie viele Ausflugsziele wir für Familien und Kinder hier im Ruhrgebiet anbieten und besonders in Bochum einfach den Wandel zu sehen, auch vielleicht von dem, was man sich vorstellt und zu dem, was man hier vorfindet. Du hast ja sicherlich auch den ein oder anderen Lieblingsplatz in Bochum. Welcher ist es denn und warum? Generell der Chemnader Stausee im Süden von Bochum, ein aufgestauter Teil der Ruhr. Da kann man ganz, ganz toll Sport machen und die Natur genießen und sonst der Ausblick vom Bergbau-Museum immer eine Reise wert. Vielen Dank. Danke. Sehr gut. Ja. Ach ja. Danke. Untertitelung des ZDF, 2020